moin leute wir haben hier den zweiten ich habe das schon mal pre geöffnet damit es ja alles schneller geht und wir haben eine schöne verlängerung und hier noch so ein bit ding oh das wird ein geiler knarrenkressen das zeige ich euch das wird nice ein bisschen dunkel weil ich habe die nacht gezockt und alles verpennt oh nein 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 nicht weg aber wir gehen sofort weiter zum vegan denn wir sind effizient ok wartet ok weiter geht's mit der nummer zwei da haben wir einen schlitten fahrer da kann man sofort sogar und hier haben wir ja ist ja kein bild dabei aber an teddy wir sehen uns morgen leute happy zweiten advent will ich jetzt auch wieder verspeisen wird eine schokolade schmecken ich dachte mir ich rechse die alle ab ist aber wahrscheinlich nicht so clever weil wenn ich das wieder zu clever aber ja wir sehen uns morgen leute haut rein tschüss